Herzlich Willkommen auf dem Sound Service Messestand auf der Musikmesse in Frankfurt. Wir präsentieren vier Marken im Bereich Drums und Percussion hier in der Halle 3. Die Marke D-Drum mit Akustik- und Elektronik-Drums. Wir haben in der Einsteiger-Serie das World Beat mit 18er Bass-Drum, dann ein Fusion-Set mit 20er Bass-Drum und die nächst größere Variante mit der 22er Bass-Drum. Das kleine liegt ungefähr bei 3,29, das Fusion bei 3,79, das große bei 3,99. Es geht dann weiter in der Mittelklasse. Wir haben die Reflex-Serie nach oben hin erweitert mit einem sechsteiligen Set in Erle, hochglanz lackiert mit Chrom-Hardware. Das ist das Uptown, so nennt sich die Konfiguration 10, 12, 14, 16, 22er Bass-Drum Snare. Des weiteren zwei Spezial-Sets. Einmal hier das Bombardier, 26er Bass-Drum, 14er Hängeturm, 16, 18 Stunt-Tums. Ein Shell-Set, wie es heute schwer in der Rockmusik angesagt ist, One Up, Two Down, wie es so schön heißt. Ein Hängeturm, zwei Stunt-Tums. Das gleiche gibt es auch mit einer kleineren Bass-Drum mit der Ausführung 24 Zoll, 13, 16, 18. Das ist das Powerhouse, in matt-schwarz gehalten mit schwarz lackierter Hardware. Beide Sets liegen ungefähr um die 13,90, das Uptown um die 15, 49 und das Powerhouse dürfte auch so um die knapp 1500 liegen. Darüber hinaus haben wir in der Paladin, einer neuen Serie, die aus Walnuss gefertigt wird, aus dem Walnussholz, eine Konfiguration, ein Jazz-Set in den Größen 18, 10, 12, 14. Ein Bebop-Set, das wird ungefähr liegen bei 13,90. Reines Shell-Set. Das waren die News von D-Drums hier auf der Musikmesse in Frankfurt. Vielen Dank. Vielen Dank.